umsteigen der Master hier ist es so ein Held dann habe ich mir die Master hier nichts noch mal gerettet ja es gibt es so sie hat das natürlich gar nicht ausgenutzt, dass wir beide gegangen sind weil sie es gesehen hat ich brauche jetzt ganz schnell das hier ich kann es mir auch fast leisten ah der Master hier ist ja gerne die ist mit ihrer Ulti aber auch ein bisschen überpower unter die Frau aber ich hole jetzt meine Ulti raus jetzt NEIN bringen sie wirklich weg ja und drauf 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 komm schon komm schon komm schon dann aber die 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 blatt machen damit sie mit der gleichgewicht reinkommt aber das ist nicht ja es gibt ja natürlich froh und dann kommt vielleicht der andere obwohl es ist ein 3er zwischen ne das ist der fit ne das braucht es dafür zu gehen zum 3er bleibe ich hier und pass auf dass die mittler nicht gepusht wird ja dieses spiel auf jeden fall besser ist also besser ist gut erstmal die sterben ja wie die ratten aber für die ratten verstehst du weil eine ratten gegner ziehen aber wenigstens hatte ich hier eine chance gegen die beiden weil ich schon in der elf bin jetzt gerade wieder an den mensch sooo und auf so da habe ich den Tom gerade noch so gerettet nicht rein ich weiß ob ich das im gras brüß ich bin ich blöde wenn da doch nicht rein wenn da doch nicht rein das ist ein dritter das ist ein problem so der jetzt kommt ja 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 der drache geil die geht raus die geht raus die geht raus jawoll ich bin ich bin ohne sie zu fahren immer auch schön die frau aufrechterhalten solltet ihr auf jeden fall merken egal was für charakter seid ihr solltet am ende des spiels mindestens 200 form haben das ist zwar schwer ich schaffe es meistens selbst nicht das solltet ihr euch als ziel setzen genau so wie ihr euch als ziel setzen solltet wenn ihr nicht gerade im jungle als im jungle eine zweifel fahren zu haben ist eigentlich unmöglich das solltet ihr zumindest schwer erreichbar sein ihr solltet euch zumindest aber auch als ziel setzen wenn ihr auf einer lane seid vor 2000 gold nicht nach hause zu gehen also ihr solltet aufpassen dass ihr vor 2000 gold weder sterbt noch nach hause gehen müsst dann spielt ihr eigentlich ziemlich gut und wenn ihr das schafft dann könnt ihr euch auch eigentlich sagen dass es nicht an euch liegt wenn das team nicht korrekt meiner meinung nach natürlich ist ja noch die frage wie er sonst spielt aber nochmals zeug das davon dass man nicht spielen kann so jetzt passen wir hier so auf auf schade ok dann gehe ich mal wieder in meinen jungle rein schade den ländern habe ich noch nicht boah was das kann doch nicht die wahrheit sein da bist du einmal hier unten kurz die kommen jetzt runter alles klar jawoll sehr schön der fiskiet gleich drauf Das ist doch so blöd. Der Typ ist so blöd. Was ist denn sein Problem? Im Ernsthaft, was ist denn sein Problem? Ich feed hier meine Gegner bestimmt nicht. Was ist mit dem hier los? Obwohl Bomara dringend er da ist. So, hier das Rüschers mal rein, damit sie gar nicht auf die Idee kommt da reinzuspringen. Vielleicht kommen sie auf die Rüschers wieder rein. Habe ich den Spinn? Ne, ich hätte keinen Mahl. Fuck, 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 fuck. Ich geh jetzt um den Mahl. Machst du, den ich nie mal kennenlässt. Ah, da fützt du mir wieder. Okay. So, jetzt hol ich mir das hier erstmal, dann geh ich hier und hol mir noch die Railgun. Dann hol ich mir noch das da. Oh, jetzt wird's gut. Jetzt wird's gut. Jetzt geh ich scharf. Alter, hier ist der zweite Turm fast dauernd. Ich glaube, ich muss den Trash mal ganz kurz. Trash, 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 trash. Zwei und drei Feedings. Okay, alles klar. Jetzt kommt die. Kriegt ihn aber nicht ganz hin. Ja, zieh sie sich nicht ran. Genau, wo die geht. Zieh sie ran und beachte mich gar nicht. Ja, zieh sie ran und beachte mich gar nicht. Das ist immer gut. Ah, what's your problem, ha? What's your problem? Oh, der Problem ist so hart. Ja, der Problem ist so hart. So, Vorsicht, hier mal ein bisschen Pilz hier aufgestellt überall. Ja, genau das meine ich. Und du gehst drauf. Sehr schön. Jetzt wurde ich ganz kurz angehittet von dem. Sollte den Golem aber noch platt kriegen mit dem... Sollte man sich vielleicht merken. Ich kenne da ziemlich viele Leute dann anfangen, so mit Loop und Loser und was weiß ich. Manchmal kann ich mich auch nicht mehr zusammenreißen, dann mache ich es auch. Also wenn ich wirklich sehe, dass ich immer extrem verkackt und einfach nicht dazuladen will, dann gehe ich da auch manchmal steil. Aber normalerweise sollte man sich unbedingt merken, wenn du jemanden dumm machst, dann sorgt das dafür, dass der... Okay, das ist schlecht. Ich... Alter hat der Power. What the fuck hat der Power. Never guess, never guess, never guess, never guess. 534. Feier hat er jetzt voll Kohle gekriegt dafür, oder? Äh, ja stimmt, 500 extra. So ein Scheiß. Hat er den... Hat er den Fitz? Nervalig. Schade. Der Fitz hier wäre jetzt natürlich das noch nicht bloß Urteil gewesen. Alter, okay, verpiss dich da. Das ist so... Das ist... Aber das wäre natürlich die Härte. Ja, dann greift der Timo mich an, da er einen Pinz gesetzt. Dann rennt er mich noch rein in den Pilz hier, Trottes. Ja, los, rauf, ja. Jawoll. Schade, er hat den Ding so weg. Und jetzt hinterher. Ich habe halt ja keine Pilze gesetzt. Äh, doch hat er. Ähm. Ich gehe mal ein Stück weg hier. Jetzt haben wir mich pilz ohne Ende. Sehr schön. Und jetzt zurück. Ich brauche Leben, 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 Leben. Zurück, 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 zurück. Mit dem Leben nicht kämpfen. Niemals mit so wenig Leben kämpfen. Ja, der Fitz wieder, er. Komm, lassen Sie uns alle angreifen, wir gewinnen bestimmt. Ich bin so ein Profi, ich weiß das. Vor allem wenn ich jetzt sehe, dass der Mowik zurückgeht, um sich kurz zu wielen und aufzubauen und dann ganz viele Viecher kommen. Dann gehen wir bestimmt. Ja, du bist ein Profi, ich weiß. Du bekennst dich toll aus im Spiel. Vor allem, wer hat diese dumme Ratte schon wieder da ist. Und zwei Kills gelandet hat. Das ist so die Herde. Ich bin gerade mal level 14, der geht gleich bestimmt level 15. Der hat ja eine Knarre. Der hat ja eine Knarre. Ähm, okay, das schaffe ich nicht mehr. Das ist ein Weg. Na, was ist der Problem, ne? So, wir sollten die Viecher ja wegmachen, um die dann ein bisschen Farm zu gewinnen. So, und gewährleistet, du warst das ja nicht. Der wird nur alleine gegen die Soraka ankommen. Alter, Fils, was machst du denn? Es tut mir leid, meine lieben Zuschauer. Ich glaube, wir haben die erste Wunder echt gewonnen. Ich hoffe sehr, es werden mich sehr bitter, wenn wir die zweite auch verlieren. Ihr könnt ja eben in die Kommentare schreiben. Was wollte ich besser machen mit Warwick? Was, äh, es ist ja, ich will für jeden Charakter ja möglichst das Beste rausholen. Was könnte ich besser machen mit Warwick? Ich wollte noch eine Aktion mit Warwick sehen, wenn wir da verloren haben. Bei Ashkogish haben wir wieder gewonnen oder verloren haben. Aber ich glaube, wir hatten auch verloren. Wann hat er gewonnen? Ich weiß nicht, da werden wir verloren. Ähm, mache ich irgendwas falsch? Oder liebt es vielleicht doch an den anderen? Ich weiß, man steigert sich ja manchmal rein und sagt dann, ja, es liegt alles an den anderen. Merkt aber selbst nicht, dass man nur Scheiße baut. Warwick 645, das sieht eigentlich halbwegs okay aus, dafür, dass ich so einen Loser-Score haben. Fuck, 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 fuck. Halt jetzt kurz alleine aus, das Rücken, bitte. Jetzt ein bisschen Kill zu holen. So, dann gehen wir jetzt mal hier. Ich glaube, der Ton fährt als erstes sonst. Geh drauf, komm, Kill. Ja, Wunsch, hau drauf. Ja, wunderschön. Ja, hau drauf. Und der Nächste, komm, hier. Denken weißt du. Okay, okay, das ist es. Alter, schweb. Nein. Nein, 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 nein. 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 Das hab ich überlegt. Das war echt knapp. So, Homeboard-Schuhe, weil wir gleich verlieren. Deswegen ist es immer... Also wenn ihr bis auf eure Kunden mal und zurückgedrängt werdet, holt euch auf jeden Fall immer Homeboard-Schuhe und möglichst schnell wieder im Spielgeschenk zu sein. Weil, das ist jetzt nicht aktiviert, weil ich... Weil ich im Kampf war gerade. Oh, geil. Moment. Okay, gut, wenn zweier das machen, dann sollte es eigentlich dafür sorgen, dass alle kommen. Oh, ich hole mir kurz die Farm hier noch. Mit der komme ich Level 15 hoffentlich. Ich hoffe, die überleben das ganz kurz. Dann kann ich nämlich noch mehr Schaden machen und vielleicht kriege ich sogar meine, ähm... Kombo auf Level 3 und die ist dann sowieso ausgeschüttbar. So, sehr schön. Jawohl. Und... Nein, schade. Aber der nächste Weg hat die Kombo auf Level 3. Äh, die Ulti. Schade. Und der hier auch auf. Kommt. Nee, das schade ich nicht. 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 Das kann's vergessen. Den Trash hab ich noch geholt, aber ansonsten... Ich hoffe, das war jetzt kein Ass. Nee. Der Kale. Okay. Okay. Don't. Die... Please. Wie sind alle rumschreien, ey? Wirklich. Das ist... Okay, ich hab die Hexepseche. Ich hab das da. Ich brauch die Geistershicht. Die ist ziemlich wichtig, eigentlich. Ich verkauf dann mal jetzt den ersten Gegenstand hier und kupfe mir das dazu. noch ein zweites lebens amulett den dorians deutschland auch drinnen war dann ja ich was bringt so jetzt eher die home guards gehen halt übelst ab und man kann bis zu seinem randbezirk sprinten immer schön die frau holen dabei den tor natürlich verteidigen das ist auch haupt von aber die frau ist natürlich auch sehr wichtig und es gab gar nicht gehabt mit dem ich gespielt hat gesagt ab level 10 brauchst du nicht mehr fahren also ganz ehrlich du musst fahren dass du 18 bist und selbst dann musst du noch fahren wenn du noch nicht alle ein volles geld hast und wer dann sagt ich möchte es aus gründen damit zu zuschauer nicht nicht sagen aber die sind so bis ich gehe auf die drauf hätten die beider mit angegriffen werden den so locker blatt gemacht und dann hätten die anderen auch keine chance mehr gehabt auch übelst gefiedet wäre